Ja, aber hallo. Wen sehe ich denn da? Santa Bär. Was machst du in dieser Gegend? Hier, Rodilein. Da schaue ich aber. Du? Hier? Und was machst du um diese Zeit vor dem Weihnachtsbaum? Schon mal in den Kalender geschaut? Du Schlaumeier. Ich habe keinen Kalender. Nur ein Albet. Jöööö. Ein Geschenk für mich? Nein. Für meinen Kalender und für das Internet. Also, warum bist du hier? Mein Freund Jan Putschinek hat mich eingeladen. Via Facebook, Twitter und gebloggt hat er das auch. Aha. Also mir hat er eine E-Mail geschrieben und angerufen. Naja, kein Wunder. Bist ja auch ein alter Hase. Bär. Okay. Bär mit neuem Albet. Richtig. Nur ohne Internet hier im Tannenwald. Also ich glaube, das soll so etwas wie ein Weihnachts-Flashmob werden. Flashmob? Was ist denn das wieder? Santa Bär. Du kommst in die Jahre. Bei einem Flashmob machen viele, viele Menschen alle zur gleichen Zeit eine gemeinsame Aktion. Und was ist da Besonderes dran? Da machen alle mit. Die Familie. Freunde. Und am liebsten kleine Kinder. Das hat man also davon, wenn ein Organisationsberater ein Social-Media-Experte ist. Ach was, Santa Bär. Das wird das coolste Weihnachten seit langem. Rudilein? Meinst du, wir sollen da auch mitmachen? Ja sicher. Und bitte ihr Zuschauer, sollt auch alle hingehen. Wohin genau? Zum Christkindl-Flashmob am 24. Dezember. Am schönsten ist es zu Hause. Oder mit seinen Liebsten. Genau. Und viel Liebe mitbringen und liebe Menschen treffen. Und ich bring vielleicht ein Geschenk vorbei. Und danach könnt ihr gerne alles auf Facebook posten. Was? Alles? Naja. Fast alles. Wir wünschen euch allen fröhliche Weihnachten. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und liebe Grüße von Jan Poczinek. Bis bald. Beim Christkindl-Flashmob. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und Feliz Navitat. Und wir Santa? Was machen wir jetzt? Rudilein. Naja. Warte mal bis die Kamera aus ist.